das der scheiß panther brennt da stehen nicht nur die ketten unter beschutzt zu hält siehst du dass unser ding brennt ich will brennen ich will brennen eine brücke zwischen der Domäne und Genesis jesus kreis mehr was hat die vor macht das mit absicht oder ist alles aus Versehen und ich würde es ein bisschen weit hergeholt dass eine menschliche KI recht einsam sogar aber prachtvoll eine menschliche KI blutsväter monster hier unter Kontrolle hält nicht so der Wärter von ihrer Gegenwart so beunruhigt ist sie sind recht destruktiv ich bin recht destruktiv auch schön ja ich mach es eigentlich nur Spaß ok kann es jetzt sein dass jetzt die Allianz auch gegen normalerweise haben die doch die ganze Zeit zusammengearbeitet oder nicht jetzt kämpfen sie gegen den ok ist halt dieser Planet der Planet sieht uns alle als bedrohung zurück den Tanaka Achtung der ist ein Springer also gut ok ich will mal was gucken hier wie hier vielleicht Sie wollen es nur in dieser Kampfhaut mit einer ganzen Armee aufnehmen wie leichtsinnig in dieser Kampfhaut auch eine schöne Art ich wollte nur gucken ob ich hier vielleicht ein Ding ins finde aber ist leider nicht das heißt wir fahren jetzt wieder Panzer weiter ich mach die Kanone einsatzbereit ich mach die Kanone einsatzbereit und jederzeit los geht wo müssen wir denn da müssen wir sehr schön ich kann von hier aus keine Ziele mehr entdecken was ist das da die KI sind so cool ja es ist etwas Eile geboten Cortana versucht mehrere hochstufige Kommunikationssysteme zu aktivieren wie viel Zeit bleibt das sehr wenig nicht genug eigentlich gar keine sehr wenig nicht genug eigentlich gar keine das so baut man auf jeden Fall die Stimmung auf aber Hauptsache du findest das alles hier recht amüsant bei was hast du KI davon uns jetzt zu helfen eigentlich dreh dich du scheiß Fall das zählt wieder nicht ob es auf deinen Schützen sitzt da ballern oder nicht das sind nicht nur die Ketten abgewaltt werden ja noch ein fucking brave ich hab ja nichts mit zu tun ey dude ich weiß dass von 343 äh gibt es bald dass der irgendwie mega Kanonen abballern konnte was mit dir das ist auch so ein mega strahl parat so kam ja mehr die menschheit hat sich nicht viel verändert seit sie das letzte mal die Sterne bereist so tot bringt wie ihr es je die toten naja stimmt wir waren ja wir waren ja schon mal da und sind eigentlich vor was geflüchtet boah fickt euch alter dieser scheiß Pass ist gleich down der scheiß Panzer ist fast down das ging es vergessen dann fahr ich nicht mehr ok das ist sowas hier das ist ein Ghost wir brauchen den Ghost einen Ghost werden die nicht vermissen ne ne einen Ghost werden die nicht vermissen ist cool fuck off Alter Alter was zum ach du scheiße das wie ja ne ist klar wie soll ich denn das jetzt tsch 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 Zum einen weil. Gucken wir mal, ob wir Glück haben. Puh, ich hab Glück gehabt. Sehr schön. Momentan. Okay, Leute. Wir haben nicht mehr viel Munition. Eigentlich haben wir gar keine mehr. Fuck off, Alter. Scheiße. Ja, bin ich down, ne? Kacke. Ey, ich dachte, ich würde ihn jetzt noch schnell einnehmen können. Was aber... Wirklich, wenn gar nichts bringt. Weil er selber schon fast kaputt war. Von daher doof gelaufen jetzt. Was war's denn? Die Kuh hatte ich noch gar nicht gesehen. Da könnte ich jetzt in die Kugel vorne raus. Das sieht mega sweet aus. Schwupps. Schwupps. Sieht so cool aus. Schwupps. Ich bin erledigt. Ich nehm mir mal kurz die Buzzy mit. Das ist schön. Du bist zu Fuß. Schnauze. Ich mach das schon. Es ist etwas Eile geboten. Kortaz versucht, mehrere hochstufige Kommunikationssysteme zu aktivieren. Wie viel Zeit bleibt jetzt? Sehr wenig. Nicht genug. Eigentlich gar keine. Frauen, die können sich so gut ausdrücken. Der wäre mir schön weitere Zähne. Selbst KI-Frauen. Verpisst euch doch mal. Bleibt zusammen. Ja, wir haben Fail verloren. Feindlicher Fäte. We're down. Halt ihn ruhig. Mach ich doch. Schnurze. Aber wir sagen doch gar nichts. Ja, wir warten. Und wir warten. Und wir warten. Und wir warten. Und ich warte. Au! 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 Die Menschheit hat sich nicht viel verändert, seit sie das letzte Mal die Sterne bereiste. So tot bringt eh und je. Fickt euch einfach nur noch, Alter. Oh! Ach, wirklich? Oh je. Ich war noch nie zuvor in einem Gefecht. Wie wohnruhigend und aufregend. So. Pass mal, ob du ja. Ich hab ja nichts gegen dich, ne. Aber ich hasse dich. Geil! Nicht getroffen. Scheiß wegen des Ding treffig, ne. Tatsache. So. Ich löste, Alter. Ich bin halt die Schnappe voll. Ich bin halt die Schnappe voll. Da sind wir neben den Weg. Ich bleibe dem Dankvon. Aua! Was hält denn da Pazer noch alles aus? Der brennt schon. Gar 나왔 weekendvon. Was heißt denn im Moment? Ich finde die voll cool. Die ist mega sweet. So eine sowieso als Wecker finde ich mega cool. So was hier als Wecker was dann so hier aus dem Auge so die Uhrzeit zeigt oder sowas. Das wäre mega cool so an die Wand strahlt. Das wäre so ein Ding was mir auch kaufen würde. Der Wehrte hat uns entdeckt. Den haben wir schon mal zerlegt. Schon zweimal. Vermutlich nicht zum letzten Mal. Er ist recht penetrant. Er ist recht penetrant. Warum hilfst du der Dienerin? Das entspricht nicht dem Protokoll. Es ist falsch. Du wirst dir nicht länger benötigt Illuminati. Lass dir in Ruhe. Schwör ich dir. Ich werde aussteigen. Ah ne der ist schon weg. Fantastisch. Ich bin überglücklich dass sie noch leben. Aber der Wärter war trotzdem siegreich. Wie das? Kotanas Plan ist so weit vorangeschritten dass jede Sekunde ihr hilft. Ich fürchte ihr Fahrzeug wird dieses Terrain nicht überwinden können. Beeilung. Das Tor ist gleich hinter der... Das hat ja nicht jetzt lange gedauert. Das war ein 3 Sekunden Match gerade gegen den Wärter. Lettere hoch. 1-1-7 wenn sie mich hören können. Wir nähern uns dem Tor. Halten sie die Stellung. Cortana blockiert den Funk? In der Tat. Aber ich kann Ihnen versichern dass die Menschen noch im Tor sind. Okay. Juhu. Hyperomblase erfasst worden sein. Wurde ich Munition wende dich. Aber wir müssen weiter. Alter es gibt zu viele dicke Waffen hier. Das kann nichts Gutes bedeuten. Ich habe euch wohl falsch eingeschätzt. Dreimal hast du uns falsch eingeschätzt. Nehmt euer Verhalten für Hartnäckigkeit. Auch wenn es in Wahrheit ein selbstwerterischer Waffen ist. Ihr habt euch Wacker geschlagen, Spartans. Der Feuerkampf ist vorbei. Fängt gerade das an. Scharf schützen? Das ist gut. Stopp. 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 Fick dich. Fick dich. Fick dich! Fick dich! Boah, verdammte Hacke! Fühlt sich jetzt cool, ja? Toch mit dir, Mac! Okay, ich bin wieder dort, danke! Jetzt war ich doch... Ah, hier bin ich jetzt wieder! Sehr schön! Ihr sucht, Alter! Stirn! Oder ich bring dich um! Was ballern die denn da ab, Digga? Geht! Geht! Doch! Verdammt, ich noch eins! Geht! Geht! Geht!